Jacques Tilley ist Deutschlands bekanntester Karnevalswagenbaukünstler. Herkunft und Studium Jacques Tilley besuchte von 1973 bis 1982 die Kasekunden-Kominios-Gymnasium in Düsseldorf. Seit 1984 entwirft und baut der politisch-satirische Wagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Von 1985 bis 1994 studierte er an der Universität Essen Kommunikationsdesign. Er ist Mitglied des Kuratoriums der Evolutionär-Humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung. Jacques Tilley lebt mit seiner Frau, der Filmemacherin Ricarda Hinz und seinen zwei Kindern in Düsseldorf-Oberkassel in einer Groß-WG. Künstlerisches Schaffen Die Karnevalswagen aus der Werkstatt von Jacques Tilley zeichnen sich durch eine besonders bis sich satirische Art aus, die immer aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen thematisieren. Diese Karnevalswagen haben dem Düsseldorfer Rosenmontagszug eine verstärkte bundesweite und internationale Aufmerksamkeit verschafft. Viele seiner Wagen und Entwürfe haben lautstarke Proteste hervorgerufen. Die Chronik der umstrittenen Motivwagen aus Düsseldorf ist lang. 1994 nackter Kanzler Kohl Nachdem ein Bonner CDU-Anwalt mit einstweiliger Verfügung gedroht hatte, musste eine Figur umgebaut werden, die den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl als nackten Ohrwald-Indianer darstellte. 1996 Kruzifixwagen Eine bundesweite Protestwelle stoppte den Weiterbau eines politischen Wagens, der die Reaktion bayerischer Politiker auf ein Bundesverfassungsgericht zu Erteil aufs Korn nahm. 1997 Busenkrieg Als auf einem Wagen das vom Kölner Dachverband der Karnevalisten ausgesprochene Busenverbot im Karneval verspottet wird, kommt es zum Busenkrieg zwischen Köln und Düsseldorf. 2000 Stichwahl Ein Wagen, der die in einer Stichwahl unterlegene Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeisterin Marlies Smitz ins Bild setzte, konnte nach Protesten nicht realisiert werden. Seit diesem Vorfall sind bis heute alle politischen Wagen Düsseldorfs geheim. Erst seitdem kann Wagenbau-Künstler Tilli die Narren Freiheit voll in Anspruch nehmen. 2005 Kardinal Meissner Ein Wagen, der Kardinal Meissners Haltung zur Abtreibung satirisch darstellt, ruft starke Proteste katholischer Organisationen hervor. 2007 Selbstmordattentäter Der Zentralrat der Muslime übt heftige Kritik an einem Wagen, der sich über islamistische Selbstmordattentäter lustig macht. 2009 Skinhead Rüttgas Ein Wagen, auf dem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rüttgas als Skinhead auf die Obdachlosenhilfe einschlägt, führt direkt zur Rücknahme der Streichung der Obdachlosenhilfe durch die Landesregierung. 2009 Papstwagen Kardinal Meissner kritisierte den Wagen. Auf dem Papst Benedikt dem mit Antisemitismus beschrifteten Teufel in der Gestalt von Richard Williamson die Hand schüttelt. Es ist mir ein Anliegen, dies nicht unwidersprochen zu lassen. Die Darstellung ist nicht nur falsch, sie ist auch verletzend. 2015 Charlie Hebdo Wagen Die Düsseldorfer Karnevalisten haben im Gegensatz zu denen in anderen Städten den Mut, gleich vier Wagen von Jacques Tilli zum islamistischen Terror fahren zu lassen und damit die Narrenfreiheit zu verteidigen. So wird über den Rosenmontagszug auch in den Fernsehnachrichten von ARD und ZDF zum ersten Mal als politisches Ereignis und nicht nur als Brauchtum berichtet. 2016 Jahroslav Kaczynski Wagen, bei welchem Kaczynski in Militäruniform seinen Fuß auf den Kopf der vor ihm niederknienden Polen stellt. Neben ihm steht dabei ein Radio mit der Beschriftung Radio Maria. Neben den politischen Wagen bauen Jacques Tilli und sein Team jährlich Dutzende Prunk- und Werbewagen für Düsseldorf und andere Städte wie Aachen, Krefeld, Hildern, Rattingen. Außerdem entstehen in seiner Werkstatt karnevalistische Bühnendekorationen unter anderem für die Fernsehsitzung des Düsseldorfer Karnevals. Punkt, 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 Punkt. Das Team um Jacques Tilli entwirft und baut auch in der Karnevalsfreien Zeit Plastiken. Mit den Großplastiken wie zum Weltjugendtag Köln 2005 oder zur kritischen Konstantin-Ausstellung in Trier 2007. Beziehen der Künstler und sein Team immer wieder Stellung zu politischen und weltanschaulichen Fragen. Punkt, 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 Film 2015 Die große Narrenfreiheit Ein Dokumentarfilm über Jacques Tilli und den Düsseldorfer Karneval Auszeichnungen Jan Wellem Ring der Stadt Düsseldorf Redaktion bisь Vielen Dank.